Übung mit Arpegien von F-Dur und C-Dur. Erstmal die rechte Hand drücken. Dann weiter die rechte Hand drücken. Und dann die linke Hand im Walzerrhythmus. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hier ist F-Dur. Dann gehen wir auf C-Dur drücken. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Und zusammen rechts und links drücken. Dann gehen wir auf C-Dur drücken. Nochmal. F-Dur. Und dann C-Dur. Man kann auf C-Dur hier einen Takt spielen. Und dann F. F-Dur. Untertitelung. BR 2018